Guten Abend, liebe Journalisten, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga zwischen dem HSV und der TSG Hoffenheim. Ich begrüße auch die beiden Cheftrainer, bei mir Julian Nagelsmann und Markus Gistul, und ich bitte den Gästetrainer um sein Statement zum Spiel. Zu Beginn erstmal Gratulation an HSV. Ich glaube, verdienten Sieg heute. Ich glaube, für Zuschauer insgesamt kein so schönes Bundesligaspiel gesehen. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und sind auch nicht gut aus dem Spiel rausgekommen, haben nur zehn Minuten. Taktisch ist ganz ordentlich gelöst. Die Räume, die wir spielen wollten, haben wir, glaube ich, beim Tor gesehen oder bei der Elfmetersituation. Und auch in den zehn Minuten nach der Halbzeit haben wir es ganz gut gesehen, wo wir HSV weh tun wollten. Wir hatten heute Probleme, auf das Emotionsniveau vom Gegner zu kommen, was einmal dem aggressiven Verteidigen, aber vor allem auch dem unfassbaren Publikum geschuldet war. Da haben wir es nicht geschafft, dieses Niveau zu erreichen und sind deshalb schlecht ins Spiel gekommen und haben dann in der Kombination mit der nicht so guten Emotionalität uns insgesamt zu wenig in taktischen Vorgaben orientiert. Und dann haben wir heute auch verdient verloren. Wir waren kurioserweise sogar noch in der Lage, nochmal ein Tor zu machen, vielleicht noch zwei. Wir haben eigentlich gute Chancen gehabt in der zweiten Halbzeit, aber es wäre, glaube ich, sehr bitter gewesen für den HSV. Für den Markus freut es mich, für mich weniger. Markus macht einen guten Job hier. Gute Entwicklung, das habe ich schon gesagt. Und wenn man dann so die Stimmung hier erlebt, ist schon auch was Schönes. Trotzdem bitter, dass wir verloren haben. Tut uns weh, aber so ist es nun mal. Zum Überflieger, was ich jetzt gerade gefragt wurde, das habt ihr alle gemacht. Und ja, es ist für uns ganz normal, dass man auch mal ein Spiel verliert. Heute war es verdient. Danke. Danke, Julian Nagelsmann. Dann Markus, deine Analyse bitte. Ja, schöner Tag, weil wir gegen einen unglaublich starken Gegner heute gespielt haben. Großen Respekt vor der Leistung, die Hoffenheim in den letzten Tagen und Wochen gebracht hat, mit unglaublich guter Aufteilung im Spiel mit dem Ball, mit guter Umschaltbewegung. Tolle Mannschaft mit großem Selbstvertrauen jetzt auch und großer Selbstsicherheit. Und wir spielen die Räume sehr gut. Und deswegen war uns klar, wir können es nur ganz. Wenn wir pressen heute, dann können wir nur Vollgas pressen. Das ist wie schwanger. Schwanger gibt es auch nicht halb, sondern nur ganz. Und das haben wir heute so gemacht. Wir haben wirklich komplett bis zur letzten Reihe intensivst durchverteidigt. Auch natürlich mit dem Risiko, dass der Gegner dann mal auch durchspielen kann und es zu einer gefährlichen Situation kommen kann. Aber uns war klar, dass wir sonst keine Chance haben. Und sonst wahrscheinlich auch deutlich mehr hätten laufen müssen noch. Wenn sie dich dann laufen lassen, rennst du nur hinterher. Deswegen war die Marschroute heute so, wie ich gerade gesagt habe. Und die Mannschaft hat das fantastisch heute gemacht. Ich fand, wir haben ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Die Gegner nicht zur Entfaltung kommen lassen und haben auch sehr verdient gewonnen, weil die Anzahl unserer Ballgewinne, die wir hatten, ich konnte sie dann zum Schluss gar nicht mehr richtig zählen, wo wir dann aber nicht sauber bis zu Ende gespielt haben, weil Hoffenheim dann auch nochmal richtig gute Spieler natürlich hat, die das dann gut verteidigen. Aber da hätten wir noch mehr draus machen können. Deswegen bin ich heute sehr zufrieden mit der Leistung von unserer Mannschaft. Und der Sieg tut uns natürlich gut. Vielen Dank. Danke, Markus. Dann bitte ich um Ihre Fragen. Kurzes Handzeichen. Wir fangen an bei Wolfgang Stephan vom Stahler Tagblatt. Herr Nagelsmann, der Markus hat am Donnerstag gesagt, er hat sich ein Rezept überlegt, mit dem er Hoffenheim überraschen kann. Hat er Sie überrascht mit seiner Taktik heute? Nein, überrascht finde ich nicht. Es war ja im Hinspiel auch ähnlich. Wie der Markus sagt, haben sie es nicht über 19 Minuten geschafft. Heute haben sie es 19 Minuten geschafft, gut zu pressen. Aber Bayern ist ganz ähnlich angelaufen, mit einer ganz ähnlichen Struktur auch angelaufen und da haben wir es einfach Fußball viel besser gelöst. Und heute haben wir es nicht gelöst aus den bekannten Gründen, die ich schon erwähnt habe. Es gibt immer zwei verschiedene Dinge in dem Spiel. Einmal die Emotionen, die du reinbringen musst. Wenn du auf 100 Prozent Emotionen bist, musst du taktisch, vor allem auch im Verteidigen, nicht alles richtig machen. Und mit Ball auch nicht. Und wenn du Emotionsmäßig eben nicht auf 100 Prozent bist, sondern weit weg von 100 Prozent, dann musst du taktisch alles richtig machen. Und beide Punkte haben wir heute nicht so bedient, dass wir hier was holen können. Also überrascht nicht, aber das schmälert jetzt nicht die Leistung vom HSV. Das ist Markus, glaube ich, wurscht, ob ich überraschte oder nicht. Sie haben gewonnen. Frank Heike von der FAZ. Herr Gestor, wie kann man denn die verblüffende Heimstärke eigentlich erklären? Ich habe das ja schon mehrfach gesagt, dass wir hier im Oktober, November in einer unglaublich schwierigen Situation waren, in der alle am Boden gelegen sind und wir uns da alle zusammengerauft haben. alle Mitarbeiter, Team natürlich extrem zusammengeführt, Zuschauer, alle sich zu einer absoluten Einheit verschworen. Und das war die Basis, um zunächst einmal überhaupt noch mal ranzukommen in dieser Saison. Wir waren uns klar, dass wir es nur schaffen können, wenn jeder einzelne Spieler kapiert, dass wir als Mannschaft richtig gut sein müssen, damit Einzelne auch gut sein können. Es ist heute wieder so, dass dann mich nach Aaron Hand gefragt wurde oder nach Papadopoulos oder wie auch immer. Die haben heute sicher gut gespielt und jede Woche ist irgendein anderer Spieler, der dann vielleicht besonders gut spielt. Aber das geht nur in der funktionierenden Mannschaft. Und das war die Basis für alles. Und natürlich ist es zu Hause gegen uns sehr schwer zu spielen, aber wir haben auch Auswärtsauftritte, die sehr gut waren. Wir haben in Leipzig gewonnen, wir haben einmal im Bayerischen gespielt, das war nicht so gut. Aber wir haben auch in Dortmund ganz gut gespielt und hätten dort auch was mitnehmen können. Deswegen, ich würde das nicht nur auf eine Heimstärke setzen, sondern wir haben auch insgesamt einen deutlichen Entwicklungsschritt gemacht, unsere Mannschaft. Oder vielleicht sogar zwei oder drei. Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt. Sie haben gesagt, Sie werden nach Hand oder Papadopoulos gefragt. Dann frage ich mal nach Martenia. Der war lange nicht dabei und ist ja eigentlich ein schwieriges Spiel für den Torwart gewesen, weil er lange Zeit sich auch nicht wirklich auszeichnen konnte und dann am Ende aber da war. Zum einen, wie würden Sie seine Leistung heute einschätzen und seine generellen letzten Wochen? Und zum anderen, was ist mit René Adler? Also warum, er hat jetzt doch eine gebrochene Rippe, hat man das erst später entdeckt oder war das vorher schon klar? Vielleicht können Sie das erklären. Also erstmal zu René. Wir haben natürlich nach dem Vorfall oder nach dem Zusammenprall letzte Woche auch schon ein Röntgenbild gemacht. Aber wir haben halt jetzt nochmal ein etwas besseres Bild gemacht und da sieht man es. Aber das kam erst dahin, weil René im ersten Moment gesagt hat, es geht, es funktioniert. Und da haben wir das natürlich auch nicht zu 100 Prozent gesehen, dass wir da nochmal weiter untersuchen müssen. Nur gestern im Training haben wir halt in die Vollbelastung rein und dann müssen Torwart natürlich auch schon sich extrem strecken, um dann auch das dann zu testen und dann mit voller Wucht draufgehen. Da hat man halt gemerkt, es geht nicht. Und dann haben wir nähere Untersuchungen gemacht und dann kam leider die Diagnose für ihn, dass es doch ein bisschen schlimmer ist. Aber das, was Christian Martenia dann macht, das ist das, was uns auszeichnet. Egal, wir haben jetzt nicht nur auf der Torwartposition, sondern auch auf anderen Positionen immer wieder die Wechsel drin. Aber die Jungs, die dann reinspringen, die machen es gut und die haben unser volles Vertrauen. Die dürfen auch mal einen Fehler machen. Das ist auch kein Problem, weil sie in der Gemeinschaft aufgefangen sind, weil sie miteinander funktionieren. Und deswegen war es für mich, ich hatte ganz ehrlich gesagt keine Bedenken, dass Chris heute kein gutes Spiel macht. Oder ein gutes Spiel macht, da hatte ich keine Bedenken, sondern mir war klar, der wird funktionieren. Und das hat er gleich so gemacht. Er stand drin und ich habe einmal nach hinten geschaut und dachte, alles gut. Britta Kehrhan von NDR 90,3. Der HSV hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Vier Punkte, das klingt jetzt für die Verhältnisse der letzten Wochen relativ viel. Ist das jetzt für Sie die größte Gefahr, in Anführungsstrichen, dass Sie Probleme haben, die Spannung zu halten im Team? Oder ist die Mannschaft, haben Sie die inzwischen so weit im Griff, dass da gar keine Gefahr aufkommt? Glauben Sie, dass wir in einer Situation sind, wo wir irgendwie Spannung verlieren könnten? Also bei aller Liebe, dieses Thema können Sie ganz schnell zumachen. Vergessen Sie die Tabelle, schauen Sie am besten auch nicht drauf, sondern lassen Sie uns Woche für Woche nur arbeiten und vernünftig schaffen, weil hier wird keiner Spannung verlieren. Das ist ganz sicher. Britta Körber von der dpa. Ich wollte nochmal nachhaken bei René Adler. Sie sagen jetzt Rippe angebrochen. Habe ich das richtig verstanden? Oder gebrochen? Wie sagt man da? Angeknackst. Okay. Und das bedeutet für das Nordderby? Dass wir auf jeden Fall heute davon ausgehen, dass René dort noch nicht spielen kann. Was denken Sie, der Baller wieder spielen kann? Ich habe die Information gestern Abend bekommen. Und das glauben Sie ja nicht, dass ich dann jetzt zehnmal nachfrage, wie machen wir das jetzt weiter. Sondern dann sagt man, okay, der nächste spielt und dann der nächste Spieler, der dann dran ist, mit dem beschäftigen wir uns dann bis zum Spiel. Und das mache ich dann jetzt alles im Nachgang zu unserem Spiel, weil das wird nichts ändern, ob das jetzt am Montag sicher noch nicht der Fall sein wird, dass er wieder eingreifen kann. Deswegen eins nach dem anderen. Wolfgang Stephan vom Stadler Tagblatt nochmal. Herr Nagelsmann, ich habe nochmal eine Frage an Sie. Sie haben gesagt, das ist unfassbare Publikum hier. Wenn Sie vielleicht da nochmal so eine Einschätzung geben könnten im Vergleich zu anderen Stadien. Was war hier so unfassbar? Ich glaube, es ist kein ganzes Alleinstellungsmerkmal, aber es ist schon besonders. Man merkt es dann an so fußballalltäglichen Dingen. Wenn ein Spieler vom HSV ein kleines Foul passiert, dann sind einfach solche Emotionen auf den Rängen da, die überschwappen auf alle Beteiligten, von Trainer bis Schiedsrichter bis Vierter Offizieller, der mich dann einfangen muss und so weiter. Und da kann dann, wie gesagt, wenn du als Gegner dann nicht dieses Niveau erreichst, was die Emotionen angeht, kann es schon ein paar Prozentpunkte ausmachen, dass die Heimmannschaft dann besser ist als der Gast. Und ich glaube, es war sehr, sehr laut. Die ersten Viertelstunde noch nicht so. Aber dann irgendwann, glaube ich, war es sehr schwer, die Spiele auch zu erreichen, weil einfach eine unglaubliche Lautstärke herrschte. Gibt es noch weitere Fragen? Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung in der ersten Reihe. Jetzt haben Sie ja unten schon viel zur Hand gesagt. Vielleicht können Sie hier auch noch mal ein bisschen was sagen, Ihr neuer Torjäger. Wenn ja schon mal gefragt wurde nach ihm vor ein paar Tagen, bevor er verletzt war, hat er das auch schon gut gemacht. Also ich bin einfach tausend Prozent davon überzeugt, dass Aaron deswegen so gut spielt, weil er gegen den Ball gut spielt, weil er gut verteidigt. Man hat ja manchmal Spieler, die auch im fortgeschrittenen Alter noch mal einen Entwicklungsschritt machen. Und den sehe ich gerade bei Aaron ganz deutlich. Er ist ein richtig guter Pressingspieler heute auch gewesen für uns. Und deswegen hat er dann auch die guten Offensivaktionen. Das hängt direkt zusammen. Und die Basis ist erstmal das gute Spiel von ihm, dass er in unserer Pressing-Aktionen auch Bälle gewinnt und mit dabei ist. Das macht er gut und deswegen ist er wieder auf dem Weg. Und es freut mich, dass es nicht nur immer heißt, du kannst das nur mit Jungen oder Spielern machen, die auf der Festplatte schon irgendwie noch nicht bespielt ist, sondern es geht auch mit Spielern im fortgeschrittenen Alter, es geht immer nur darum, ist der Spieler bereit oder nicht. Manchmal dauert eine Bereitschaft ein bisschen länger, um es aufzuknacksen, manchmal geht es auch gar nicht. Aber bei ihm ging es und das ist jetzt schön zu sehen. Florian Rebin von der Mopo. Papadopoulos hat heute die fünfte gelbe Karte gesehen, wird definitiv dann nächste Woche im Derby fehlen. Können Sie schon sagen, wer ihn ersetzen kann, wie es bei Gideon Jung oder Johann Giroud aussieht? Mein Gehirn lässt es nicht zu, an die nächste Woche zu denken, nach so einem Spiel, definitiv. Also ich weiß es auch noch gar nicht, deswegen heute nur dieses Spiel und das auch jetzt mal genießen. Das war für uns heute ein ganz toller Erfolg, das genießen und dann wieder ganz vernünftig arbeiten. Und wer dann nächste Woche zur Verfügung steht, weiß ich noch nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017